Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Miros Edge. Ja, heute nehmen wir es endlich in Angriff und sprechen endlich mit Birdman. So, ich hab jetzt schon gedacht, hä? Folge dem Rot. Noah hat dich zu Birdman geschickt, einem der ersten Runner in der Stadt und alten Freund. Er hat vermutlich ein paar Aufgaben für dich, die du meist... meistern musst. meistern musst, um dein Können unter Beweis zu stellen. Na dann, folgen wir mal dem Rot. Ja, ich hab dich ja auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich hab ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich hab einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde! Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb versteh ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Ähm, begib dich zu dem Dash und schließ ihn ab. Ich bin in Anleitmen, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihm früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Schön für dich. Ah, okay, ist schon alles. Ja, was ich sehr schön finde. Ich hab gedacht, Birkman ist jemand anders. Aber okay. Ähm. Okay, lesen wir erst mal. Äh, es gibt überall in der Stadt Rennen, die von anderen Runnern erstellt wurden. Und absolviere sie, äh, so schnell wie möglich. Nimm Abkürzungen, wenn sie sich bieten und finde heraus, wie du dich in den besten Listen schließt. Das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen, wie richtig ich da bin. Okay. Kann man hier schon noch ein bisschen raussuchen? Oh, der fuck. Ach so, das war... Okay. Wenn wir über diese Ziele-Linie rennen, dann nehmen wir noch ein Stück Anlauf. Okay, äh, ich werde jetzt... Bisschen schweigen. In der Hoffnung, dass ich, äh, so schneller bin. Äh, wie war denn das eigentlich? Wie wurde ich denn schneller? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin aber bestimmt mega langsam. 41 Sekunden. Neue Bestsext. Habe ich nur zwei Sterne bekommen? Von rein. Okay. Ja, 0,18 Sekunden. Okay. Das wird wohl nicht ganz hinhauen. Okay, verlassen wir das Ganze. Aber ist irgendwie cool, dass... Sondern es sieht echt geil aus, irgendwie. Plastik 3. Ne, Missionen kurieren, ähm, plus Dashes, plus Sammelobjekte, Crit-Leaks. Ich war zu neugierig, was das ist. Ich habe nicht nach unten geguckt. Ähm, ja, ich vermute, er hat irgendeinen Auftrag für mich. Äh, Dash. Was ist denn das? Äh. Dash. Äh, kurieren. Gehre zu Birdman zurück. Das ist eine Nebenmission. Äh, Standardkit Wegpunkt setzen. Okay, was ist denn das? Wir haben Pulitzer, rechtliche Lieferung. Das ist eine Gelegenheit. Äh, da bin ich ja gleich. Also gehe ich da mal hin? Aha, da. Ah, ich vermute, ich kann da nämlich Anlauf nehmen. Kann da springen. Ja, Crit-Leak. Ah, okay. So sehen die Teile aus. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Okay, auf jeden Fall. Äh, bin ich, was ich vorhin sagen wollte? Run away, hier rüber. Ich hab hier ein Paket, das unverzüglich ausgeliefert werden muss. Du musst allerdings vorsichtig damit sein. Wenn die Ampulle darin zerbricht, haben wir womöglich kein Problem. Kriegst du das hin? Wenn irgendjemand bei Elysium Labs rausfindet, dass ich diesen Prototypen gestohlen habe, ist meine Karriere beendet. Aber das ist es wert. Die Kassenlosen sterben in den Greylands und diese regenerative Formel wird ihnen helfen. Diese armen Seelen werden von allen möglichen Krankheiten heimgesucht und niemand untersimmt etwas dagegen. Nun, das hat jetzt ein Ende. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber zumindest versuche ich es. Ich kann nicht einfach untäglich zusehen, wie das Konglomerat auch noch das letzte bisschen zerstört, das den Kassenlosen geblieben ist. Oh, steh auf! Ich wurde soeben benachrichtigt, dass die Ampulle... Sorry, aber ich kriege das einfach nicht hin. Ich bin dafür zu langsam. Also... No way. Ähm... So! Habe ich aber noch ein Cridling mitgenommen? Ähm, ja. Okay. Gut. Hatten wir das geklärt, dass ich das nicht schaffe? Ähm... Ähm... Sei wie Wasser... Dash... Ah, das war das Paket Unterschlupf... Standard Kit... Jetzt kann ich mich irgendwie mal hier hinterher portieren oder so? Schnell Reise gesperrt. Mä! Habe ich eigentlich schon irgendwelchen Fortschritt? Irgendwelche Punkte? Ach ne, mir fehlen noch ein paar. Mission. In Freiheit. Neben alte Freunde. Rums. Okay. Höh! Höh! Okay. Äh, wo machen wir jetzt hin? Ähm... Dekorieren. Ich kehre zu Birdman zurück. Äh... Sei wie Wasser oder das Standard Kit. Ähm... Ich glaube, ich mache erst mal hier... Ich kehre mal zu Birdman zurück. Ähm... Und dann... Und dann werden wir sehen. Und naja. Äh... Dann schauen wir mal weiter. Oh... Oh... Na komm. Äh... Nein. Du solltest da rein. Äh... Äh... Das kommt, um... Mehr Rat überwacht zu werden. Okay. Da bist du ja wieder. Jo. Denk daran, dass du in dieser Gemeinschaft... Nur so gut bist, wie das Bild, das die Leute von dir haben. Wie gut du wirklich bist, spielt dabei keine Rolle. So dämlich all dieses Getue und Aufgeplustere auch ist. Es war ein tolles Gefühl, wieder zu rennen. Und du hast dich richtig gut geschlagen. Eine letzte Sache noch und wir sind fertig. Noah hat irgendwas von der Lieferung erzählt. Ja. Unser täglich Brot. Ich habe zufällig ein kleines Paket, das abgeliefert werden muss. Du kannst es dort drüben abholen. Das hättest du mir ja nicht geben können. Nöööö, lauf selber hin. Du faule Sau. Heutzutage sind alle Pakete mit dem Beat verbunden. Du müsstest den Bestimmungsort also auf deiner Karte sehen. Äh, ich erinnere mich noch an eine Zeit, als man für sowas nicht... Okay, also ich muss da rüber, da, da, da. Okay. ... mehr als seine Adresse und seinen verdammten Verstand hatte. Gut. Woher sollte ich denn wissen, dass es da runter geht? Halt die Äse fest, ey. Wie oft bin ich denn jetzt schon wieder gestorben, ey? Moment, ich guck mal kurz hier rein. Äh, ich muss da drüben rein. Ja, natürlich gibt es Nachteile, dass ich die Wander-Rest-Zone ausgemacht hab. Aber es hat halt auch Vorteile. Man muss halt selber ein bisschen nachdenken. Und es ist halt langweilig, finde ich, wenn die ganze Zeit mir so ein Scheißding vorrennt und ich wirklich nichts mehr selber mach. Aber naja, jedem ist seine, ne? Ah, hier war ich schon mal. Abgeschlossen! Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass das Paket abgeliefert wurde, Faith. Ich würde sagen, du bist so bereit, wie du nur sein kannst. Nebenmissionen gefallen, wir Tauben. Und ja, ich habe jetzt auch ein Beat Link. Ich benutze es allerdings so selten wie möglich. Man weiß nie, wer mithört. Gut, ähm, dann können wir, sei wie Wasser, liefere den Steuerchip ab. Äh, dann gehen wir mal hier hin. Ah, shit, falsche Taster. Ich habe Schiff getritten. Nein, 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 ich habe mich versprungen! Mist. Hm, ich finde den Dandelbildschirm langsam echt hässlich. Weiß das jemand? Ach, okay. Da gab es ein Rohr. Ich habe das Rohr nicht gesehen. Sorry, das musste ich noch mitnehmen. Also sonst hätte ich das wieder vergessen und dann hätte ich mich geärgert. Ja, ich habe es nicht gefunden und so. Und, ähm, okay. Ich kenne mich ja. Aber ich finde, äh, irgendwie die Personen an sich sind irgendwie nicht so schön. Highroller-Evon. Machen wir das noch. So, machen wir das mal noch. Ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, muss ich sagen. Boah, wie krass, wie schnell man doch da schon den ersten Stern verliert. Oh! What? Ich habe schon nur noch einen Stern bekommen. Ach, du Scheiße. Neue Bestzeit. Ähm, ja. 12 Sekunden, okay. Wahrscheinlich ist der drüber geflogen. Okay. Plastik 2 haben wir bekommen. Ähm, Tabulat hast du mal wieder mal. Äh, wo war ich jetzt hier? Äh, Salviwasser. Naja, ähm, ich überlege gerade, ob ich, äh... Ich habe einen Steuerchip gefunden. So, gut, haben wir einen Steuerchip noch gefunden. Naja, da ist er da. Ähm... Oh, das war ein bisschen zu spät. Äh, zu früh abgesprungen. So rum. Man muss halt jeden Tag auch erstmal wieder reinkommen. So. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das auch erstmal für die erste Folge, oder? Mache ich das... What the hell war das denn jetzt? Naja, fangen wir das noch an, weil ich weiß nicht, wie viel ich da wegschneide. Achso, das habe ich gemacht. Das war Scheiße. Ähm... Salviwasser, du musst die Steuerchips bei den toten Briefkasten in der Nähe abliefern. Machen wir das einfach. Ich bin da. Wo ist dieser tote Briefkasten? Es gab eine kleine Planänderung. Sie wollen einen anderen toten Briefkasten in der Nähe nutzen. Nur leider bekommst du es auf dem Weg dorthin mit einigen K-Sack-Patrouillen zu tun. Vermutlich als Reaktion auf den Aufruhr von vorhin. Sätze mit dem Übergang, um dich durch die Gegner hindurch zu fliegen, ohne langsamer zu werden. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Oh, ich habe die falsche Tasse gedrückt. Sei vorsichtig. Oh mein Gott, ich habe linke Maustasse gedrückt. Und das war nicht okay. Ja, bei solchen Missionen, das ist manchmal halt, äh, fordern die halt genau, das musst du machen. Und wenn du das halt nicht machst, bist du blöd. Okay. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Moment. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Man muss jetzt zwischendrin auch noch was mitnehmen. Oh! So! So! Wow, der K-Stick-Bastard wird morgen mächtig Schmerzen haben. Da oben ist jemand. Hey, da oben! Du bist im Flow, mach weiter so. Ich bin im Flow. Ich fühl mich auch voll Flow-mäßig. Fliegen lernen! Ich hab fliegen gelernt. Ich stehe drauf, das Konglomerat mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen. Und die Werbedisplays sind dafür perfekt geeignet. Indem du ein Werbedisplay hackst, schickst du den Arbeitern eine klare Botschaft. Und wenn das, was wir ihnen zeigen, auch nur einem von ihnen die Augen öffnet, haben wir schon viel gewonnen. Aktueller Lieferauftrag. Erfügbar. Okay, Faith. Ich hab den Eindruck, du bist mehr als bereit für einen echten Auftrag. Und ich hab auch schon den perfekten Run für dich. Komm wieder ins Versteck, dann besprechen wir die Einzelheiten. Er sollte auf jeden Fall genügen, damit du zumindest einen Teil deiner Scheuzen bei Dogen begleichen kannst. Okay. Das machen wir irgendwann später mal. Aber jetzt ist sowieso erst mal hier Ende im Gelände. Ich geh jetzt erst mal hier hinter und hol die Standard-Kits ab. Und das sehen wir dann in einer neuen Folge. Also besser gesagt, ich geh hin und wir holen die dann gemeinsam ab. Um dann wieder ins Unterschlupf zu kommen. Naja, ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss! Dann geht's. Vielen Dank.